Moin moin und willkommen zurück zu Lego City Undercover. Ja, so sieht's aus. Jawoll, wer auch nicht, wenn doch. So, es geht weiter mit diesem schicken, 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 schicken Spiel. Ähm, ich hoffe natürlich in besten Qualitäten meinerseits. Und wir gehen jetzt... Was jumpst du da vor dich hin? Äh, wir gehen jetzt in Richtung Finale. Das ist wahrscheinlich... Wir machen gerade die Rakete startklar. Wow! Rakete startklar. Hm, schön. Ich freu' mich. Aber sowas von. So, Rakete, gut. Und dann nicht die Abkürzung, sondern nehmen dieses Mobil und fahren ein bisschen durch die Gegend. Ja, Mobil, 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 da oben ist das Finale. Äh, ich denke, das ist das... Das ist alles andere. Wer etwas anderes erzählt... Wow! Wop, wop. Na, warte. Wer etwas anderes erzählt, kann lügen. Lügen, bis die Balken biegen. So. Ich glaube, wir wollen hier lang. Hier ist ein Superbau. Hier ist ein Superbau. Hier ist ein Superbau. Ach, toll. Dann nicht. Dann nicht. Nicht Superbau. Hm, hm. Guck mal hier hoch. Ah, hier ist eine Kapsel. Hier ist eine... Okay, doch. Ich dachte jetzt hier so groß... großflächig Steine. Ziel erreicht. Sehr schön. Ich hab' keine Ahnung warum, aber ich sag' sie erreicht. Sehr schön. Und auch mit dir. Mit dir. Auch mit dir. Auch mit dir. Und... Bäm. Speicherort. Äh. Suche... Ja, Super... Steine für... Schade. Äh. Leute. Ist das auch ein Schwein? Hm. Schön. Dann suchen wir halt jetzt hier Sachen. Das hätte ich mir jetzt auch lieber anders gewünscht. So, dann machen wir das hier mit Undercover Chase McCain. Und nicht mit irgendeinem anders. Okay. Hier kann man fliegen, liegen, 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 liegen. Hehe vielkopf. So. Ich hab' nicht hingeguckt. Ist ist nicht bla, ist es nicht gelb sondern blau, gelb, rot kul... ja guck immer schön drauf aber andersrum seit dieser einen geschichte mit dem mikrofon dass das sich nicht so richtig aufgebaut hat achte ich doch das ein oder andere mal darauf dass es sich doch aufbaut teleport teleportiert zu dorthin so jetzt hätten wir so viel für die stand rampe ist dann rampe wäre glaube ich das dümmste denn er sich noch eine rex fury statue immer auch noch mal später hin nachdem wir diese schicke schicke aufgabe gemacht haben deswegen ist extra teil was habe ich da gerade gemacht extra teil gemacht worden zack und zack so aber ich denke mal hier sind genau 50.000 hergestellt worden oder 70.000 wie würde man eigentlich eine rakete zu trauen wenn ich jetzt mal überlege 50.000 60.000 also für eine stand rampe kriegt man bezahlt man ja 30 für so ein ding star obwohl es könnte 100.000 sein das heißt wir haben zu wenig das ist gleich noch mal umgucken also ich könnte nicht vorstellen also 50.000 wir haben zu wenig genau aber andersrum ich habe jetzt auch nicht genug gesehen jub 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 und dann hier runter so jetzt ein paar tausend zusammen nur mal leicht aktivieren nur 73.000 das ist zu wenig das ist wahrscheinlich ich muss mal gucken wie viel das sind zack spring runter ja nie und es sind 50.000 sehr schön okay da haben sie den wirklich alle hier reingebaut habe ich sogar richtig gelegen mit meiner ersten vermutung schön 50.000 superbau errichtet astronaut den werden wir dann auch in diesem let's play später noch haben ich habe gesagt nach der story geht es noch weiter ja bis jetzt nicht ohne mich starten oder was schadet ist bereit ja 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 ich wollte euch noch ein dann schauen wir mal weiter dann müssen wir also jetzt da hoch eigentlich möchte ich mich ja jetzt noch umgucken aber ich habe extra den teil so geteilt dass man das jetzt nicht dass wir extra dann in der ganzen mission wie wir zum mond kommen das wahrscheinlich müssen wir gleich auch noch fliegen dann also reinen schachtel 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 auf dem weg zum mond oh mann nee oder na ok dann sehen wir uns nächstes mal dann war es heute ein kurzer teil bis zum nächsten mal und tschüss die